Guten Morgen, ich war heute um 4.30 Uhr wach, damit ich um 5 Uhr pünktlich im Labor sein kann und nehme dich jetzt mit. Da habe ich nämlich Mediumwechsel gemacht, meine Zellen versorgt, meine Experimente durchgeführt und und und. Nur damit ich dann ganz pünktlich in ein anderes Labor gehen kann, um Sachen hin und her zu tragen. Jedes Mal habe ich eine Styroporbox in der Hand. Rate mal, was da drin ist. Und dann... Ich war gerade noch im anderen Labor, das ist ja nicht filmen und deswegen geht es jetzt... Als ich dann wieder im ersten Labor war, weil ich bin eigentlich in zwei Laboren unterwegs, also zwei verschiedenen Gebäuden, konnte ich dann fertig mikroskopieren und ich hatte echt einiges zu tun. Das Problem war nur, ich musste pünktlich fertig werden, denn heute war nicht nur Labortag, sondern auch ein Symposium, also eine kleine Konferenz, die ich selbst mitorganisiert habe. Deswegen muss ich pünktlich sein, bin dann da auch hingefahren mit der Strava, das war nämlich an der Uniklinik und dann zeige ich dir jetzt auch noch mein Poster und da bin ich ganz stolz drauf, weil zum einen finde ich es richtig schön und zum anderen habe ich den Posterpreis auch noch gewonnen.